Sehr geehrte Landwirtinnen und Landwirte, wir beschäftigen uns in unserem aktuellen Video mit der Wintergerstenaussaat zum Thema Herbsterbau. Die derzeitige Witterung macht es uns sehr schwierig einen geeigneten Saattermin zu finden. Eines gleich vorweg durch die längere Vegetation in den Spätherbst, in den Winter hinein, sind auch spätere Saattermine gut möglich. Nebenbei hat man dadurch auch weniger Blattlossdruck und dadurch auch weniger Probleme mit dem altbekannten Gelbverzwergungsvirus. In den meisten Regionen ist ein Anbau bis Mitte Oktober sehr gut möglich, vor allem mit den mehrzeitigen Sorten wie mit der Sorte Adalena. Nur in wirklich kühleren Lagen sollte ein Anbau vorher unbedingt erfolgen, damit eine dementsprechende Vorwindentwicklung noch sichergestellt ist. In Grundlagen sind auch Termine nach dem 15. Oktober noch gut möglich. Das zeigen uns die Versuchsergebnisse der letzten Jahre. Für einen wirklich späteren Anbau Richtung Ende Oktober sind auch Rubrikaschen gut geeignet, da diese im Herbst noch etwas wüchsiger sind und noch mehr bestocken als die Linensorten. Was gibt es sonst noch zu beachten? Wichtig ist eine am Standort angepasste Saatstärke. Natürlich je nach Standort und Anbaubedingungen. Die empfehlen wir bei guten Bedingungen. Anfang Oktober bei den zweizeiligen Sorten wie die Sorte SU Laubella 270 bis 300 Körner pro Quadratmeter. Bei den mehrzähligen Sorten wie bei der Sorte Adalena 230 bis 250 Körner pro Quadratmeter und Richtung Mitte Oktober die zweiligen Sorten mit 300 bis 330 Körner pro Quadratmeter und die mehrzähligen Sorten mit 250 bis 280 Körner pro Quadratmeter. Wichtig ist auch noch, dass die Wintergerste nicht in den Boden geschmiert wird. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind sehr günstig, daher lieber einen Tag länger zuwarten, auf ein abgetrocknetes Saatbild achten, damit die Gerste trocken in den Boden kommt, damit da keine Mindererträge zustande kommen. Falls Sie generell noch Fragen haben, generell zum Thema Herbstanbau, melden Sie sich gerne bei Ihrem Berater der Saat Berlinz und wir wünschen Ihnen mit den Sorten der Saat Berlinz, einen erfolgreichen Herbstanbau 2022. Danke fürs Zuschauen!